Es geht dir eigentlich ganz gut, du bist mutter und gesund. Hast ne liebe, nette Frau und zwei Kinder und nen Hund. Deinen Job machst du ganz gern, es ist wirklich gar nicht schlimm. Die Kollegen sind sehr nett, manchmal gehst du ganz gerne hin. Und doch bleibt so ein Gefühl, so als ob da etwas fehlt. Eine Stimme, die dich weckt und dich nachts mit Fragen zählt. Und jetzt fliegst du hier und starrst die Decke an. Und deine Frau schlägt neben dir und die Kinder nebenan. Und du fragst dich, ob es so ohne Mal bleibt. Wird es nichts mehr anderes geben, als die Schleife in der Zeit. Und du denkst nach, wie war dein Leben, war denn alles programmiert. Kindheit, Schule, Abitur, später hast du dann studiert. Und dein Mädchen aus der Straße, sie ist heute deine Braut. Und sie sorgt für die Familie. Und du hast euch ein Haus gekauft. Und es könnte alles stimmen. Ja, es wäre fast perfekt. Hätten dich nicht über Nacht, deine Zweifel aufgeweckt. Und jetzt fliegst du hier und starrst die Decke an. Und deine Frau schlägt neben dir und die Kinder nebenan. Und du fragst dich, ob es so ohne Mal bleibt. Wird es nichts mehr anderes geben, als die Schleife in der Zeit. Es gab da mal einen Zwischenfall, das ist schon lange her. Und manchmal fragst du dich, wie es mit ihr gewesen wär. Sie hatte alles, was du mochtest. Sie war frech, spontan und laut. Doch sie wollte nach Haus verlieren. Und das hast du dich nicht getraut. Und jetzt liegst du hier und starrst die Decke an. Und deine Frau schlägt neben dir und die Kinder nebenan. Und du fragst dich, ob es so ohne Mal bleibt. Wird es nichts mehr anderes geben, als die Schleife in der Zeit.